so hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play space engineers und ja wir haben beim letzten mal das ding zum absturz und zum fliegen gebracht und sind jetzt dabei hier die befehle zu erstellen um uns immer einen kleinen überblick zu verschaffen dass wir das auch alles sehen oder wo wir auch teile brauchen dann mal ganz kurz gucken hier in dem befehl gab es nämlich auch was wo wir das auf deutsch stellen können und das suche ich gerade ich hatte es schon hier so der lied jetzt inventory stern plus komponen Inventory Jetzt zeig mal was du kannst Inventory Ein Komma Minus Ingotten So Ähm Kleiner Inventory Inventory Ok So Wir haben Stahlrohr Klein nicht Produktion Stahlrohr Klein Sprengstoff brauchen wir nicht Triebwerkskomponenten brauchen wir auch nicht Motoren Car Produktion Ich meine wenn die hier mal endlich alles einsammeln würden Ja dann würde das ja auch viel schneller gehen So Car Jetzt kommst du hier hin Jetzt machen wir Inventory Sternchen Ähm Ingot Minus Ohr Minus Komponent Komponent Minus Minus Tu Minus Oxygen So Das sind die Barren Und dann machen wir hier noch Inventory, Stern, Uhr, Minus Ingrid, Minus Components, Minus Ammo, Minus Tools, Minus Oxen. So, 8 und dann da ist der Befehl Inventory, so, dann können wir die ein bisschen größer machen, zack, 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 okay, so, wir haben kein Eisen, kein Nickel, kein Magnesium, kein Silikon, kein Silber, kein Gold, kein Platin. Ohr, dann haben wir noch 15,6 Barren, hier wird zwar auch das Ohr angezeigt, aber ich habe das immer gerne getrennt da. So, und theoretisch könnten wir, könnten wir noch einbringen. Um... Um... Vielleicht so... Hier... Oh nein... Ähm... ...Energy... Okay, halt stopp. Das war nicht Energy, das war... Power... ...Eno... ...Eco... ...Und Storage... ...Storage... auch nicht. Ja ich müsste mir die mal alle aufschreiben. Das war nicht Storage, sondern das war wir können auch hier Power Time. So, dann machen wir dich mal ganz kurz hier ausschneiden. Und hier hin. Das Lager. Das kann jetzt mal warten. So, 34 Minuten haben wir noch Strom. Solar, Batterien, Blättert, Gespeichert, Abgabe 24 Megawatt, Zufu 24 Megawatt. Also die Energie reicht nicht aus. So. G, halt nicht G. K. Wir wollen jetzt Earthbreaker da. Den nennen wir Drill. Speichern. Ich. Und dann müssen wir den noch Block an aus. Ich. Okay. Oh, okay. 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 So. Okay. 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 Zumindest ein Sammelter. Und wirklich schnell kommen wir hier nicht voran, ne? Okay. Okay. Hmm. Also wenn das in dem Tempo weitergeht, dann brauchen wir noch ungefähr 300 Folgen, denn... Okay. Okay. Gucken wir mal. Okay. 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 gut es kommt ja stein rein aber nicht so wie ich mir das vorstelle liebe freunde habt ihr eine idee also doch einen großen bauen gut wir haben jetzt hier 30 kilo gemacht wir kriegen ja nix weg Nee, so wird das nix. Gut, dann landen wir den erstmal hier. Tum. Gut, also einen kleinen haben wir gebaut, ein kleiner bringt quasi gar nichts. Zero, null, nada. Hey, diese scheiß kleinen Teile. Was geht jetzt hier für zwei Stunden? So, da haben wir jetzt von allem ein bisschen was außer die Tripsax-Komponenten. Gut, dann bauen wir einen großen, aber dazu werden wir hier unsere Fläche vergrößern. Gut. 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 brauchen wir sie später aber jetzt momentan brauchen wir sie nicht ich glaube dass er die Teile da hinten alle einsammelt unsere schöne Station wird jetzt ein bisschen vergrößert dann können die Teile alle eingerammelt werden so und dann kommen die halben hier zack und die leichte glatte rampe spitz rampe spitz glatte rampe so was ist der unterschied zwischen dem ding und dem den anderen sich bett so 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 jetzt aber neues großes schiff die frage nur wie können wir das ding aufbauen wir brauchen natürlich ein bisschen geh hilfe hier so zu dahin zu dahin zu dahin zu dahin naja da wollen wir mal gucken erstmal eine grundfläche so wie auch vorher so und dann brauchen wir ein biegen für repair und natürlich kommen wir da nicht ran sollte es auch anders so sein nein und dafür natürlich die kommunikationskomponenten wie sollte es auch anders sein drei stück kommen vier stück passen so und dann wird er repaired also quasi aufgebaut und fertig gemacht so wo ist die mitte da ist die mitte dann kommt hier ein flugsitz dann kommt natürlich ein großer fracht container oder auch zwei und ich würde sagen wie die story weiter geht sehen wir beim nächsten mal ich bedanke mich fürs zuschauen und bis dann euer euer lama und ciao bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020